Das ist ein Brandausbuch, das ist hinten im Lackbereich. Ich glaube, sie müssen jetzt von hinten rumfahren und die müssen jetzt von hinten. Ich weiß nicht, wie es schon drinnen ist. Im Brandausbuch haben wir von hinten vom Lacklager, wobei wir einen Brandabschnitt haben. Ich bin hier. So, ich bin hier. So, ich bin hier. So, ich bin hier. So, der Hälfteleiter von der Abmenschung kann kommen. Ich kann es nicht. Hier, hier. So, ich bin 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 hier. Und ich bin hier. So, ich bin hier. Okay, gut, das ist voll gut. Und jetzt fliegt. So, ich bin hier rein. Im Büro, wie wir jetzt auch schon links sind hergestellt, dann geht es darum. Und da ist Abweitholzraum. Vielleicht ist es mal Abweitholzraum. Ja, weil ich machen gerne Pause beim Miedermarkt. Das war's für heute. Die Eintasleiter Rögel mit der Eintasie momentan unterwegs. Die Eintasleiter Rögel mit der Eintasie momentan.